Was bitteschön ist ein Wolf oder ein Wolfton beim Cello? Ein Wolf ist ein Phänomen, das beim Cellospiel auftreten kann. Es ist eine unerwünschte Schwingung, die durch ein unangenehmes Geräusch in einem bestimmten Bereich des Klangspektrums des Cellos verursacht wird. Hast du einen Wolf oder weißt du gar nicht, ob du einen hast? In diesem Video erkläre ich dir die Ursachen des Wolfs und wie du sie töten bzw. umgehen kannst. Bleib dran! Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Susanna Magiroshi und bevor ich loslege, möchte ich auf mein neues Celloprogramm Grow & Play hinweisen. Wenn du wirklich auf dem Cello weiterkommen möchtest und ein intensives Jahr in einer Cello-Community mit viel Lernspaß, einem strukturierten Übeplan und echten musikalischen Resultaten erleben möchtest, melde dich bei mir. Unterhalb des Videos findest du weitere Infos. Die meisten Cellisten wissen, wo genau der Wolfton liegt und entwickeln intuitiv Vermeidungsstrategien. Ein Wolfton tritt normalerweise auf der D-Seite auf und liegt zwischen D und Fis. Bei meinem Cello ist es das Dis ungefähr. Dieses Klangphänomen tritt vor allem dann auf, wenn man leise spielt. Dann sind oft nur noch pfeifende Obertöne, also Flageolets oder hauchende Wischiwaschi-Töne zu hören. Die besonders hartnäckigen Wölfe lassen sich nur mit starkem Druck überwinden. Seinen Namen hat der Wolfton vermutlich vom heulenden Geräusch der Obertöne oder er besagt, dass der Ton gewissermaßen vom Wolf angegriffen wird. Die Ursache des Wolfs liegt im Instrument selber. Der Wolfston entsteht aufgrund von Resonanzphänomenen innerhalb des Instruments. Ein Wolfton kann die Klangqualität des Cellos erheblich beeinträchtigen, da er den Ton ungewollt verstärken oder abschwächen kann. Dies kann es schwierig machen, eine klare Intonation und einen gleichmäßigen Klang zu erreichen. Für einen Cellisten kann es frustrierend sein, mit einem Wolfston umzugehen, da die musikalische Ausdruckskraft beeinträchtigt werden kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit einem Wolfston umzugehen. Eine sehr gebräuchliche Methode besteht darin, einen sogenannten Wolfston-Dämpfer zu verwenden. Dies ist ein speziell geformter Dämpfer, der auf den betroffenen Bereich der Seite aufgesteckt wird und die Schwingungen dämpft. Dadurch kann der Wolfston kontrolliert und der Klang des Cellos verbessert werden. Ich muss aber sagen, dass ein Wolfston-Dämpfer den Wolf möglicherweise nicht vollständig beseitigt, sondern nur reduziert. Ein Geigenbauer kann das Instrument überprüfen und mögliche Lösungen anbieten, um den Wolfston zu minimieren oder zu beseitigen. Er kann den betroffenen Bereich der Seite identifizieren und auch die Steg-Einstellung, die Seitenlage oder die Klangposition überprüfen, was den Wolfston abschwächen oder fast beseitigen kann. Ich hoffe, du weißt jetzt, was ein Wolfston beim Cello ist und vielleicht wirst du ihn jetzt finden. Und für jeden, der Cello spielt, ist es wirklich eine technische Herausforderung, mit der sich Cellisten auseinandersetzen müssen. Mit den richtigen Techniken und möglichen Hilfsmitteln kann ein Wolfston kontrolliert und minimiert werden. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse mir ein Like, kommentiere, abonniere gern meinen Kanal oder melde dich zu meinem Newsletter an. Alle Infos findest du unterhalb des Videos. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.